Schönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Heute-Show. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Vielen Dank. Die Heute-Show. Und heute wird's klerikal, meine Damen und Herren. Die katholische Kirche in der Krise, ganz Deutschland, diskutiert in diesen Tagen, wie reich der Laden ist. Eins ist sicher, offensichtlich ziemlich reich, meine Damen und Herren. Und das ist natürlich doof, dass es auf einmal so öffentlich wird. Alles nur wegen T-Barts von Elst. Wobei reich, da sind wir uns einig, ist natürlich auch immer, ich sag mal, eine Definitionsfrage. Also das T-Barts-Bistum zum Beispiel hat, wie man jetzt erfahren hat, 100 Millionen Euro. Und jetzt ist halt rausgekommen, dass... Dass sein Bistum, vermutlich noch andere Bistümer in Deutschland, über unfassbar viel Vermögen verfügen. 100 Millionen ist doch nicht unfassbar viel. Ich bitte Sie. 100 Millionen. Davon kauft T-Barts drei Gästehandtücher, meine Damen und Herren. Also, offiziell, das wissen viele gar nicht, offiziell betrachtet die Kirche das viele Geld der Bistümer, ich hab das extra mal nachgeschlagen, als Treuhandvermögen für die Armen. Also, wenn Sie arm sind, klingeln Sie doch einfach mal bei Ihrem Bischof. Der freut sich. Die Kirche muss endlich wegkommen von dem ganzen Kommerz. Und das sage nicht nur ich. In den glitzernden Wolkenkratzern des Geldes und Kommerzes geht der Ausblick verloren, wenn Menschen sich im Sog des immer mehr und immer höher verlieren. Wer war der Typ? Wer war der Typ? War das T-Barts von Elst? Das war T-Barts von Elst? Oh, guck mal. Ein lustiger Vogel, du. Und obwohl es um das Systemkirche geht, richtet sich der ganze Volkszorn jetzt nur gegen diesen armen, kaufsüchtigen Mann. Als wäre der alleine schuld. Was ist denn zum Beispiel mit dem Architekten? Ich bin ein Pfarrer und hab eine wahnsinnig Wut. Dieser Architekt gehört gekreuzigt und genagelt. Das ist hart. Das ist hart. Junge, Junge, Junge. Das ist echt hart. Meine, genagelt werden ist ja noch okay, aber gekreuzigt. Nicht schön. Wer war denn überhaupt der Architekt von dem Limburger Prachtbau? Hat der Architekt sich mal geäußert irgendwo? Küche war sehr wichtig und die Halle, wenn man reinkommt. Und wie toll ist das, Dana, wenn du so ein Haus hast und die Herrschaften. Und du stehst oben an der Balustrade mit der Kronen, guckst runter. Guter Mann. Sehr guter Mann. Und übrigens, falls Sie sich jetzt fragen, der rothaarige Links im Bild war der General BK von Tebats. So, und bei aller berechtigten Kritik, man muss schon auch mal ein bisschen genauer hingucken. Und zwar, wofür das ganze Geld ausgegeben wird. Manche Investitionen sind ja auch einfach notwendig, um nicht zu sagen, dringend nötig. So sollen angeblich sogar die Toiletten in der bischöflichen Nasszelle um mehrere Zentimeter nach oben verlegt worden sein, nachdem seine Exzellenz Probe gesessen und das stille Örtchen für zu niedrig empfunden hatte. Ja, selbstverständlich, meine Damen und Herren. Selbstverständlich. Ihre Exzellenz. Da brauchen Sie gar nicht so hämisch zu klatschen, meine Damen und Herren. Ihre Exzellenz verdaut halt auf einem viel höheren Niveau als wir. Hallo, da wird das Badezimmer also noch teurer durch Spezialtoiletten? Was sagt man dazu? Halleluja. Zum Beispiel. Zum Beispiel. So. Nach allem, was wir wissen, ist Halleluja von Elst quasi in Rom untergetaucht und versucht, mit dem Papst zu sprechen. Wir schalten mal ganz kurz in den Vatikan zu Dennis Knossaller. Dennis, wird der Papst den Bischof am Ende vielleicht doch noch feuern? Wie denn? Geht doch gar nicht. Die Bischofsweihe währt ewig. Ewig. Schon mal gehört? Das ist sehr lange. Ja, wie erkläre ich Ihnen jetzt die Ewigkeit? Das fühlt sich an wie die erste Hälfte von Wetten, dass... Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Aber, ich meine, irgendwelche Konsequenzen oder auch Strafen muss es doch geben. Gab es doch längst. Lesen Sie keine Zeitung. Tebarzt ist mit Ryanair hergeflogen. Mit Ryanair. Wie viel Strafe wollen Sie denn noch? Theologen sagen, zwei Stunden Ryanair sind vergleichbar mit 10.000 Jahren in der Hölle. Nur, dass der Service in der Hölle natürlich viel besser ist. Natürlich. Und es war sicher demütigend, dass der Papst ihn tagelang gar nicht empfangen hat. Ach, das ist aber nicht so schlimm. Hier in Rom kriegst du als Bischof mit Geschmack die Zeit prima rum. Gibt ja sehr viele Geschäfte mit Designermöbeln. Und er hat sich angeblich 30 Paar Manola Blanig High Heels gekauft. In Größe 43. Kriegt er die selber? Man will es gar nicht wissen. Nein. Verstehe ich das richtig? Der ist Bischof und hatte tagelang keine Möglichkeit, Kontakt zum Papst aufzunehmen? Doch. Eine Möglichkeit gibt's. Es gibt tatsächlich eine päpstliche Kummer-Hotline für Bischöfe. Ich ruf da mal an, ja. Vorwahl Rom. Dreimal die 6. Hallo Bischof. Wenn dein Haus zu teuer geworden ist, drück jetzt die 1. Wenn dich ein Messdiener angezeigt hat, drück die 2. Wenn du T-Barts oder Van Elst heißt, leg sofort auf und ruf hier nie wieder an. Danke. Tja, schade. Ich, äh, schade, ich hab's versucht. Eine Sache noch, Herr Welke. Das ZDF hat mir den Rückflug bei Ryanair gebucht. Das ist doch sicherlich ein Scherze, oder? Nein. Dennis Knossaller, meine Damen und Herren. Ich geh zu Fuß. Zu Fuß. Auch eine Lösung. Dennis Knossaller. So. Das seltsame, um nicht zu sagen, dass Kranke ist, ja. Der Spiegel schätzt diese Woche das Gesamtvermögen der katholischen Kirche auf 270 Milliarden Euro. Und gleichzeitig muss aber in vielen Gemeinden gespart werden. Auch im Bistum Limburg übrigens. Hier eine ganz normale Fahrgemeinde mit einer ganz normalen Behindertentoilette im ersten Stock. Da haben wir halt nur das Problem, dass der Raum im Moment nur beschränkt nutzbar ist und gerade in der Funktion als Behindertentoilette eben nicht nutzbar ist, weil uns der Aufzug fehlt. Der Aufzug konnte nicht gebaut werden, weil das Kostenvolumen überschritten worden wäre und der den Einsparungen zum Opfer gefallen ist. Ja gut, dazu muss man wissen, in der katholischen Kirche erwartet man halt, dass die Lahmen irgendwann wieder gehen. Und der Bischof sprach, steh auf und wandel in den ersten Stock zur Behindertentoilette. In diesem Sinne, Halleluja. Dein Tebert.